Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Act, und zwar einem musikalischen. Die Never Meeting All Stars, einige von euch kennen sie schon, die haben schon ein paar Mal für uns gespielt, werden jetzt einen Auftritt machen. Ihr habt euch bestimmt schon mal gefragt, woher... Was heißt das? Farah und Joris! Ich habe eine andere Reihenfolge. Dann öffnet sich der Vorhang vermutlich gleich. Okay, die Story von eben erzähle ich dann gleich nochmal. Jetzt begrüßen wir ganz herzlich Farah und Joris, unsere Workshop-Teacher aus Belgien, die ja heute schon ganz wilde Workshops gegeben haben. Jetzt bin ich aus dem Konzept Dopey Joe von Slim & Slam fehlt mir was. Das war's. Applaus Applaus All All Yeah Down Down All All Any All Like Like A Like 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 Great Musik Musik Die Story, they're never meeting all the stars, die ich gerade schon angekündigt habe. Musik 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 Musik